Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Schön, dass ihr dabei seid und eingeschaltet habt. Ich bin der Arme und ich heiße euch herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe von Deutsch-Arabisch. Nach dem Intro fangen wir direkt an. Deutsch-Arabisch ist ein Podcast für jeden, der Deutsch und Arabisch mag. Die Religion spielt in unserem Leben eine sehr große Rolle. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie man sein Leben gestalten will. Gott sei Dank, hier in Deutschland kann man Meinungs- und Religionsfreiheit laut Gesetz ausleben. Und das ist auch gut so. Es gibt Menschen, die im Laufe deren Lebens sagen, ich möchte meine Religion wechseln. Ich möchte zu der Religion konvertieren oder gar keine Religion mehr haben, weil das mich alles nicht mehr überzeugt. Und dazu gehört die Nathalie, die eine sehr mündige Entscheidung in ihrem Leben befasst hat und gesagt hat, ich möchte zu dem Islam beitreten. Nathalie, herzlich willkommen. Hallo Arme, danke, dass ich hier sein darf. Es freut mich sehr, dass du auch darüber reden willst. Und wie stellt sich Nathalie vor? Stell dir vor, du bist auf dem Grillparty und jemand kommt auf dich zu und sagt, wer bist du? Also ich bin Nathalie, bin 40 Jahre, komme hier aus Duisburg, habe zwei wundervolle Kinder und bin in der ambulanten Altenpflege tätig. Herzlich willkommen und schön, dass du hier bist. Ja, Nathalie, wie es schon angeteasert ist, es geht um Islam, es geht um Religion, es geht um Konvertieren. Wie kam dazu, dass du den Islam näher kennenlernen wolltest? Also ich kam 2003 dazu, weil ich da meinen Mann kennengelernt habe und wie das so ist, man möchte halt wissen, wie ist derjenige groß geworden, woran glaubt er, wie lebt er, habe dann alles nach und nach mitbekommen, die Fastenzeit, die Moscheebesuche und so weiter und habe dann halt viel gelesen, viel gefragt und habe mich halt immer mehr damit befasst und irgendwann den Entschluss gefasst, diesen Weg zu gehen. Also dein Mann war oder ist Muslim und dann, du hast ihn trotzdem kennengelernt, obwohl er eine andere Religion hat, weil du warst ja nicht Muslim von Anfang an. Hat dich das am Anfang so von ihm abgehalten, dass er Muslim ist oder das hat für dich erstmal, also die Religion überhaupt hat für dich keine Rolle gespielt in dem Moment? Nee, für mich absolut nicht. Wie gesagt, ich habe sehr viele muslimische Freunde schon immer gehabt und war für mich gar kein Problem. Wir waren immer nett, immer gastfreundlich und deswegen hat mich das so erstmal nicht abgeschreckt. Okay. Und wenn wir jetzt von Nathalie und ihrer Familie reden, wie war das so dann bei euch? Wart ihr in der Familie religiös? Wart ihr eher weniger religiös? Wie war es dann bei euch? Schon sehr religiös. Also mein Vater arbeitet seit über 40 Jahren in der Kirche als Küster und bin somit also wirklich in der Kirche groß geworden, mit jedem Sonntag Kirche gehen, Gottesdienst und alles, also schon sehr religiös. Also du bist quasi in dem Christentum groß geworden. Genau. Krass. Und dann, nichtsdestotrotz, warst du auch offen, andere Religionen kennenzulernen, beziehungsweise auch dein Freund oder dein Mann quasi erstmal, weil du warst ja erstmal als Christenseele so und dann hast du gesagt, ist für mich kein Problem, ob mein Mann Jude, Muslim, Christ oder andere Religionen hat. Genau. Gut. Und dann, wie kam dann dazu, dass du sagst, ja, ich möchte? Ja, die Geschichten vom Propheten, die man so gelesen hat, wie er sich den Menschen gegenüber verhalten hat und ja einfach immer der Sinn von den Handlungen, also warum fastet man, warum betet man, warum spendet man, wie auch immer die Sachen haben mich halt überzeugt und auch gezeigt, dass alles positiv ist und wirklich einem gut tut und auch irgendwie besser durchs Leben kommt dann. Also das Warum hat dich immer so interessiert und du hast immer danach gefragt, wieso ist das so? Genau. Also es war schon wirklich eine Sucht, ne? Ich habe wirklich jedes Mal, wenn ich freie Minute hatte, im Internet geguckt und viele Freundinnen auch gefragt und selbst die konnten mir manchmal gar keine Antwort geben, weil die halt so groß werden, die fragen manchmal gar nicht, warum. Genau. Das ist halt so und haben immer noch gesagt, boah, danke, dass du mich jetzt fragst, dann komme ich auch mal dazu, mich damit richtig zu befassen. Also es war schon auch interessant, so das mitzukriegen. Nathalie, es gibt viele Menschen, die jetzt zwei Gedanken im Kopf haben, während die jetzt unser Interview hören. Und zwar erstmal, der Mann hat sie mehr oder weniger gezwungen oder die Liebe, weil die ihn so liebt, hat sie gesagt, okay, wenn wir weiterkommen, unser Leben leichter machen wollen, dann einer von den beiden gibt nach und konvertiert eben. Entweder er zum Christentum oder du zum Islam. Und dann kam dazu, dass quasi durch die Liebe quasi diese Konvertration. Könnte man meinen. Viele haben es gedacht und auch ausgesprochen, auch innerhalb der Familie von ihm. Ich habe mir nur immer gedacht, ich muss denen nichts beweisen. Ich mache das für mich und für Gott und ihm muss ich eine Rechenschaft abgeben und sonst keinem. So jetzt mit den Jahren natürlich haben viele gesehen, dass es doch wirklich vor mir kam, weil wir halt seit sechs Jahren getrennt sind und ich halt immer noch so lebe. Manchmal auch vielleicht sogar strenger als ein paar Leute, die wirklich so groß geworden sind. Und ich glaube, viele haben jetzt doch gesehen, dass es wirklich von mir aus kam und ich irgendwie gezwungen war oder aus Liebe gemacht worden ist. Ja, krass. Nathalie, du hast ja gesagt, dass du auch christlich groß geworden bist und so christlich auch erzogen. Wenn du mir sagst, dass du jeden Sonntag zur Kirche gegangen bist, dann hat die Religion oder Christentum eine große Rolle in deinem Leben gespielt. Wie hat deine Familie das dann auch aufgenommen, als du dich geoutet hast? Ich bin ganz ehrlich, ich hatte natürlich Angst, das zu erzählen und habe es erstmal wirklich nur für mich gemacht und erstmal nichts gesagt und hinterher dann meine Mutter dazugeholt und ihr gesagt, Mama, so und so sieht es aus. Sie hat es auch schon ein bisschen geahnt, weil sie halt gemerkt hat, dass mein Verhalten sich geändert hat, aber positiv. Ja, meine beiden Schwestern waren und sind eigentlich immer noch nicht begeistert davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Die finden sich damit ab, die richten sich auch danach, wenn ich jetzt komme mit Essen und so, was das betrifft, aber manchmal kriegt man schon den einen oder anderen Spruch natürlich, vor allem wenn man wieder im Fernsehen was hört oder im Radio, und dann kriegt man natürlich immer noch einen so reingedrückt. Ja, und dann irgendwann war für mich eigentlich das Schwierigste, meinem Vater das zu erzählen, weil er halt schon seit Ewigkeiten in der Kirche ist. Ja, ich komme wieder zu. Ich weiß auch nicht. Alles gut. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm das gesagt und er hat halt immer gesagt, wenn ich das wirklich für mich entscheide und glücklich bin, dann akzeptiere er das und freut sich, dass ich überhaupt eine Religion habe und einen Halt habe und das war ihm wichtig, weil meine beiden Schwestern zum Beispiel so gar nichts mehr mit der Religion zu tun haben, weder mit dem Christentum noch irgendwas anderes. Und ich glaube, ihn freut das, dass ich überhaupt eine Religion habe, einen Glaube habe und einen Halt im Leben habe. Das ist schon sehr interessant und sehr auch berührend. Aber da kommt mir jetzt eine Frage hoch, und zwar, du hast ja erwähnt, dass du zwei Kinder hast. Und ich glaube mehr oder weniger, immer was wir glauben, möchten wir auch unsere Kinder weitergeben. Ja, meistens. Egal was das ist, muss nicht Religion sein, sondern deine Glaubenssätze möchtest du einfach an deine Kinder weitergeben, weil du das alles halt richtig hältst. Wenn wir jetzt quasi das, was dein Vater mit dir gemacht hat, auf dich und deine Kinder übertragen, und wenn wir annehmen, dass deine Kinder irgendwann auf dich zukommen und sagen, Mama, Islam macht für mich keinen Sinn mehr. Ich möchte keine Religion mehr haben oder doch, ich habe jemanden, der Christ ist, kennengelernt und ich möchte konvertieren. Also die Geschichte genau, aber umgekehrt. Also ich kann dann nur sagen, ich habe als Mama meine Pflicht getan, habe meinen Kindern was vorgelebt, die kriegen ja auch natürlich viel im Christentum mit, dadurch, dass meine Familie natürlich immer noch normal weiterlebt mit Weihnachten und alles. Mein jetziger Freund ja auch und gehen natürlich dann auch Weihnachten zu meinem Vater, zu meinen Schwestern. Dadurch kriegen die das natürlich alle mit, sollen die auch. Das ist ja auch wichtig, dass die alles so aufsaugen praktisch. Würde mir natürlich wünschen, dass sie weiter den Weg gehen, den ich ihnen vorlebe. Aber wenn es mal irgendwann so sein sollte, dass die kommen und sagen, Mama, ich entscheide mich jetzt, einen anderen Weg einzuschlagen, wäre es sehr schade, aber auch, das muss ich akzeptieren. Wenn die dann auch wirklich sagen, sie sind glücklich damit und die machen es von sich aus, akzeptiere ich das und stehe halt immer hinter denen. Also du würdest dann quasi den Kontakt nicht abbrechen oder irgendwas anders machen, weil die quasi gegen deinen Willen sozusagen arbeiten? Nee, niemals. Ja, interessant. Und diese Offenheit, diese Offenheit, glaube ich, das ist genau das Schlüsselwort. Wenn man offen ist und aufgeschlossen ist, dann kann man vieles im Leben akzeptieren, auch wenn das nicht genau seinen Lebenseinstellungen und Lebenserwartungen so quasi entspricht, oder? Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, das so komplett offen zu lassen und zu sagen gibt es ja auch, dass meine Kinder können sich aussuchen, ich mache jetzt beides und dann können sie sich aussuchen, halte ich eigentlich für falsch, weil ich bin der Meinung, die suchen sich dann immer den leichteren Weg. Ist nun mal leider so, im Christentum wird ja heute nicht mehr so viel eingehalten. Ich höre immer viele Sachen, ihr dürft keinen Alkohol trinken, ihr dürft keinen Sex vor der Ehe oder so. Im Christentum ist es eigentlich genau das Gleiche. Also die dürfen vielleicht mal ein Glas Wein trinken wegen dem Abendmahl und Sex vor der Ehe und so, das gibt es auch alles im Christentum. Aber da hält sich ja, ich meine wahrscheinlich im Islam jetzt auch nicht mehr, aber es wird immer so im Islam... Nicht von dem Islam, sondern von den praktizierten Menschen. Ganz genau, ganz genau. Da wird das immer dann, aber immer nur im Islam so vorgehalten, sage ich jetzt mal. Ihr dürft das nicht, ihr dürft das nicht. Aber die leben so, obwohl die es eigentlich auch nicht dürfen. Also da ist das schon so selbstverständlich. Okay. Ich glaube einfach, dass die dann hinterher den einfachen Weg nehmen würden. Deswegen finde ich schon richtig, dass man wirklich einen... Verstehe. ...den vorlebt und wirklich sagt, das habe ich denen beigebracht. Wenn sie sich dann anders entscheiden, ist das so. Aber beides zu machen, finde ich, ergibt keinen Sinn, weil ich kann nur von einer Sache überzeugt sein. Verstehe. Verstehe. Wenn wir jetzt beide darüber quasi nachdenken, dass du Deutsche bist, dass du hier groß geworden bist, dass deine Familie alle aus Deutschland kommt und du aber gleichzeitig mitbekommst, dass gewisse Parteien hier in Deutschland immer aufrufen, Islam gehört nicht zu Deutschland. Bedeutet, deine Religion jetzt an das, was du glaubst, nicht zu Deutschland gehört. Wie reagierst du? Was für Emotionen kommen in dir hoch? Ja, mich ärgert das einfach, weil ich sage mal, im Fernsehen, im Radio, man hört immer so viel. Immer nur Negatives natürlich. Leute, die unwissend jetzt sind, in Anführungsstrichen sage ich mal, unwissend, die sich einfach gar nicht damit befassen und nehmen immer nur das auf, was gesagt wird, finde ich es schon ärgerlich. Riecht mich einfach auf, weil die Hälfte gar nicht stimmt. Aber ich habe auch wirklich gelernt, nicht mit jedem über diese Sache zu reden. Wenn ich jetzt wirklich merke, Leute fragen mich und haben wirklich Interesse, dann erzähle ich auch gerne. Aber wenn ich merke, Leute fragen nur, um zu sticheln und zu reden, dann gehe ich auf das Thema gar nicht ein. Also da versuche ich schon, drüber zu stehen und zu sagen, brauche ich nicht, rede ich nicht drüber. Verstehe. Das Rechtfertigen, was du gerade jetzt ansprichst, ist ein sehr interessantes Thema auch, weil du hast das Gefühl in dir immer, wenn jemand kritisch oder so quasi zwischen den Zeilen redet und auch eigentlich nur sticheln will, dass du dich und deine Religion rechtfertigen musst. Ich glaube, das Rechtfertigen, es ist nicht nur anderen Religionen gegenüber, sondern auch bei Menschen, die auch Muslime sind. Weil es gibt jetzt zum Beispiel Menschen, die uns anschauen und sagen, warum trägst du kein Kopftuch? Ja, es sind mehrere Sachen. Nicht ein Kopftuch, sondern, keine Ahnung, warum isst du kein Schweinefleisch? Oder ich habe gesehen, hier, die trägt ein Kopftuch und hat aber Ohrringe und ist geschminkt und trägt enge Sachen und so. Also, ich versuche denen zu erklären, wie es ist, wie es laufen soll. Und ich denke aber, es kann heutzutage keiner hundertprozentig nach einer Religion leben. Also das ist, glaube ich, heute echt unvorstellbar. Dann dürfte man wirklich kaum rausgehen. Das fängt ja schon beim Musikhören an. Das ist ja auch, ich sage mal, jeder nimmt ja auch Sachen anders auf. Deswegen sieht man wahrscheinlich auch die Religion mit anderen Augen, weil jeder eine andere Auffassung, also die Sachen anders aufnimmt. Ich kenne welche, die sagen, ich esse Schwein, würden aber nie Alkohol trinken oder andersrum. Ich finde, da muss jeder für sich ein Weg finden, klarzukommen, ein gutes Gewissen zu haben und, ja, wie gesagt, gut durchs Leben kommen. Jeder für sich selber entscheidet. Genau, aber das, was du jetzt gerade sagst, es ist anderen Religionen gegenüber. Aber was ist, wenn ein Muslim oder ein, also Schwester oder Bruder zu dir kommt und sagt, Nathalie, warum trägst du kein Kopftuch? Das ist kein aufrichtiges Islam, so. Also es gibt ja die fünf Säulen im Islam, die, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Pflicht sind. Ja. Da ist jetzt nicht das Kopftuch drunter. Klar sollte man ein Kopftuch tragen, da brauche ich auch nicht schönreden. Aber ich bin halt noch nicht so weit. Also ich finde, da gehört sehr viel Stärke zu. Ja. Vor allem, ja, beruflich, familiär und auch, ja, bei Freunden sich das kritisch, weil ich einfach sage, wenn das richtige Freunde sind, dann bleiben die auch bei einem. Aber ich finde so, da gehört wirklich sehr, sehr viel Stärke zu und die, bin ich ganz ehrlich, hätte ich jetzt nicht. In diesem, ja, ist ja schon wieder so ein Abschnitt im Leben, ne? Ja. Auch ein komplett anderes Leben, sage ich jetzt mal, ne? Von Anziehsachen her, also wenn man sowas macht, finde ich, muss es richtig sein, um gerade solchen Meinungen, wie manche dann haben, oh, guck mal, die trägt dann ein Kopftuch, aber ist trotzdem fett geschminkt oder wie auch immer, passt nicht zusammen. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen, also wenn man sich dazu entscheidet, dann richtig und ich finde, dazu gehört, ja, wirklich viel Stärke. Was hat dir der Islam gelehrt oder beigebracht? Eigentlich wirklich für mich das Wichtigste, ein netter Mensch zu sein, die Mitmenschen gut zu behandeln und hilfsbereit zu sein. Ich glaube, wenn man die Sachen umsetzen kann, ist es schon sehr, sehr viel wert. Ich glaube, das ist somit das Wichtigste eigentlich im Leben. Was die Religion ja auch ausmacht, ne? Zu den Mitmenschen nett zu sein, hilfsbereit zu sein. Das, was man erwartet von anderen, möchte man natürlich oder sollte man dann auch weitergeben. Stell dir jetzt jemanden vor dir vor, der Islam-Hasser ist und so, der feindet alle Muslime. Was würdest du ihm sagen wollen? Gute Frage. Ich glaube, da gibt es mittlerweile sehr viele von, ne? Traurigerweise, aber kann ich jetzt echt so gar nicht sagen. Also ich glaube, ich würde echt versuchen, da gar nicht drauf einzugehen. Aber vielleicht eine Botschaft von dir an ihn oder an... Ja, tolerant zu sein. Jeden so leben zu lassen, wie er gerne leben möchte. Ich glaube, wenn jeder so denken würde und jeder das so annehmen würde, wie jeder lebt, ich glaube, dann hätten wir echt tolles Leben. Aber irgendwie müssen die Leute sich immer um das Leben anderer so, weißt du, sich so beschäftigen und so, anstatt sich mal selber um sich zu kümmern und das eigene Leben so mal in den Griff zu kriegen. Toleranz. Es ist, glaube ich, genau diese Ware, die leider Gottes bei ganz vielen Menschen fehlt. Und wir verlangen, dass die anderen tolerant sind, sind wir aber auch selber manchmal in bestimmten Momenten auch nicht tolerant und lassen auch unsere Entscheidungen oder unsere Urteile fehlen, ohne dass wir denken oder nachdenken, was für Hintergründe diese Menschen haben, weswegen die das oder dies oder und so weiter tun. Wie zum Beispiel, wenn das, was vor dir gemacht wird, deiner Religion gar nicht entspricht. Und dann sagst du, das ist haram, das ist so, das ist so. Und diese Menschen, die auf der Straße gehen und sagen, alle Religionen stimmen nicht und nur der Islam stimmt. Wie siehst du dann diese Menschen auch an? Ja, ist ja eigentlich auch nicht richtig. Weil man soll ja die Leute so akzeptieren, wie sie sind. Und dann zu sagen, nur der Islam ist richtig für uns, ja. Klar, sonst würde man ja nicht den Weg geben und so leben. Aber dann, wie du sagst, dann die anderen leben halt, dann würden wir jetzt auch nicht tolerieren. Das, was wir eigentlich uns wünschen, machen wir dann in dem Sinne auch nicht. Also finde ich auch nicht korrekt. Schließlich finde, ja genau, wollte ich gerade sagen, tatsächlich leben und leben lassen. Das ist ein sehr schönes Wort, denn dadurch kommt man schneller durchs Leben und einfacher und sorgefreier so. Und ja, dann ist die ganze Gesellschaft auch positiv eingestellt. Weil diese Feindgesellschaft und Hassgesellschaft, diese Gesellschaften kommen nicht weiter, weil die Negativität zieht einen einfach runter. Das ist einfach so, egal ob das Religion betrifft, Politik, Kultur oder, oder, oder. Also, am Ende des Gesprächs möchte ich von dir gerne wissen, Nathalie, wie beschreibst du dich in fünf Worten? Ja, die Hilfsbereitschaft auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, sehr familiär, das gehört ja eigentlich wahrscheinlich auch dazu, sehr familiär zu sein. Ja, ich gebe mir Mühe, eine tolle Mama zu sein. Und fleißig. Also ich mache schon sehr viel. Ich glaube, das waren fünf, oder? Das waren vier. Mist. Freundlich? Das wirst du durch und durch. Kann ich auch bestätigen, wenn ich darf. Nathalie, was würdest du, Nathalie, nicht als sie zehn Jahre alt war, sagen, sondern bevor die konvertiert hat. Wozu jetzt genau was sagen? Was meinst du? Es ist egal, was, 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 egal, was du jetzt, was dein Bedürfnis ist, ihr etwas zu sagen. Ist das ein Lob, ist das ein, ein, ja, ein Tipp, ein Hinweis, eine Kritik oder sonst was? An mich jetzt selber? Ja. Okay. Aber, quasi, vor 2000, wann hast du, wann, wann war das? Also, wann hast du? 2004. Die Entscheidung getroffen, 2004, genau. Zu Nathalie, im Jahr 2000, oder 2003, was würdest du Nathalie da sagen, jetzt, stand jetzt? Also, wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, dass sie mehr auf ihr Leben achten sollte, weil ich schon echt sehr anders gelebt habe. Und wahrscheinlich wirklich irgendwie nach dem Sinn des Lebens sucht oder so. In die Richtung auf jeden Fall. Aber natürlich hat man jetzt auch im Kopf, wie man jetzt so lebt. Aber so zurückblickend, würde ich echt sagen, weil sich mein Leben schon echt um 180 Grad gedreht hat und ich wirklich ein anderes Leben hatte, würde ich schon sowas in die Richtung sagen. Nathalie, würdest du sagen, dass du den Sinn des Lebens gefunden hast mit dem Islam? Definitiv, auf jeden Fall. Und meine Kinder noch oben drauf. Ja. Sehr cool. Nathalie, was ist dein Spruch? Oder was ist der Spruch, den du jemals gelesen, gehört oder selber formuliert hast, der dir immer sehr viel Kraft gibt, wenn es richtig dunkel wird? Ja, eigentlich das, was ich gerade schon gesagt habe. Leben und leben lassen. Macht es einem halt immer einfacher. Und ja, der Lieblingsspruch von meinem Freund, auf den ich echt gut finde, ist, gegen das Schicksal, bist du machtlos. Und das ist wirklich so... Verstehe. Schließlich würde ich sagen, vielen lieben Dank. Danke, dass du vorbeigekommen bist. Und danke, dass du so offen und ehrlich mit uns geredet hast. Und eins wünsche ich mir, genau was du gesagt hast, leben und leben lassen. Und genauso lieb und nett und auch sachlich vielleicht in den Kommentaren auch sein und viel Liebe zu Nathalie wünschen. Und ich hoffe, dass der Hass immer draußen bleibt. Und am Ende des Interviews würde ich dir gerne mein magisches Handy geben, ein magisches Telefon, von dem du ein SMS an alle Menschen da draußen schicken kannst. Alle Menschen auf dieser Erde. Und du darfst nur einen Satz in diese SMS schreiben. Und da würden alle Menschen auf dieser Erde diese SMS lesen. Wie lautet deine Nachricht? Ja, seid rücksichtsvoll und liebevoll zu den Mitmenschen. Ich glaube, das wird, glaube ich, jedem helfen und jeden erreichen, weil es jeden trifft. Vielen Dank, Nathalie. Ich danke dir von ganzem Herzen. Ich hoffe, dass die Folge euch gefällt und kommentieren und bewerten. Das hilft uns immer, weiterzukommen und für euch auch sehr coole Folgen und coole Gäste, interessante Gäste wie Nathalie auch ins Studio holen. Ich bedanke mich und bis demnächst. Tschüss. Das war's schon wieder mit Deutsch-Arabisch. Bisfeldt, Kan Maakun, Amr, Fii? Arabi-Alemani. Essternu'na bei den nächsten Mal. Tschüss. Das war's schon wieder.